Die Ernährung ist ein sehr komplexes Thema. Immer wieder setzen sich neue Trends durch. Heute klären wir die größten Ernährungstrends diesen Jahres auf. Wir hören uns gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen zum Online-Trainer-Lizenz-Podcast im Gespräch über Fitness und Ernährung. Lerne von Experten, wie du erfolgreich trainierst, dich richtig ernährst und typische Sportverletzungen vermeidest. Das Wort Ernährungsform wird per Definition als eine Auskunft über die Art und Weise der hauptsächlichen Nahrungsaufnahme verstanden. Das heißt, dass durch die Benennung einer gewissen Ernährungsform lediglich eine Kategorisierung stattfindet, mit welcher man ein Essverhalten leichter zuordnen und benennen kann. Grundsätzlich ist der Grund für die Bevorzugung einer bestimmten Ernährungsform sehr individuell und vielseitig. So kann aus moralischem Aspekt ein Verzicht von tierischen Produkten bevorzugt werden. Gleichzeitig bevorzugt ein anderer Mensch die Zufuhr von fettreichen Lebensmitteln, weil sie ihm gut schmecken, sodass er sich für eine Low-Carb, High-Fat-Ernährung entscheidet. Die neuesten Ernährungstrends aus dem Bereich Fitness und Gesundheit nun im Überblick. Und da widmen wir uns zunächst einmal dem Low-Carb und High-Carb. Carb ist die Bezeichnung, also die Abkürzung des englischen Wortes Carbon Hydrate, was im Deutschen dem Kohlenhydrat entspricht. Bei der Low-Carb-Ernährung verzichtet man somit zum Großteil auf die Zufuhr von Kohlenhydraten. Ziel dieser Ernährungsform ist häufig der Wunsch nach einer schnellen und einfachen Gewichtsreduktion. Es lässt sich allerdings der Grad der Minimierung von Kohlenhydraten nicht eindeutig definieren. Je nach Person, Ziel und subjektivem Empfinden ist die Grenze zwischen Low-Carb und High-Carb nicht eindeutig erkennbar. In der Regel spricht man aber von Low-Carb, wenn unter 150 Gramm Kohlenhydrate täglich zugeführt werden. Das genaue Gegenteil ist die High-Carb-Ernährung, bei welcher man bevorzugt Kohlenhydrate zu sich nimmt und gleichzeitig die Fettzufuhr gering hält. Diese Ernährungsform ist besonders für hohe Leistungsfähigkeit im Alltag und im Sport zu empfehlen. Ein weiterer Ernährungstrend ist If It Fits Your Macros. Eine sehr neue und moderne Ernährungsform stellt das sogenannte If It Fits Your Macros dar, was zu deutsch so viel bedeutet, wie wenn es in deine Makros passt. Bei dieser Ernährungsform hat man einen hohen Grad an Flexibilität. Die Nahrungsmittelauswahl ist grundlegend nicht zwingend vorgeschrieben. Vielmehr setzt man sich für den Tag gewisse Ziele und Grenzen in Form von Kalorien und daraus resultierenden Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Das sind die Makronährstoffe, aus denen unsere Lebensmittel hauptsächlich bestehen. Durch diese Ernährungsform kann man sehr individuelle und persönliche Ziele festlegen und trotzdem den Alltag recht flexibel genießen, solange man sich in dem vorgegebenen Rahmen bewegt. Aber Vorsicht, dieses Ernährungsmodell hat auch seine Grenzen und sollte nicht falsch interpretiert werden. Wenn dich dieses Thema näher interessiert, dann schau in der nächsten Podcast-Folge einfach vorbei. Da werden wir näher in diese Materie eintauchen. Intermittent Fasting Wir hatten es bereits in der letzten Podcast-Folge. Ein Trend, der besonders in den letzten zwei Jahren den Fitnessmarkt bereichert hat. Bei dem intermittierenden Fasten handelt es sich um eine Ernährungsform, welche ein zeitliches Fenster zur Kalorienaufnahme vorgibt. Üblicherweise fastet man somit in etwa 16 Stunden täglich und isst dann alleine seine Kalorien in gerade mal 8 Stunden. Dadurch wird der Hunger besser kontrolliert und man kann sich besonders in einer kalorienreduzierten Diät auf eine riesige Mahlzeit am Abend freuen und trotzdem problemlos Gewicht verlieren. Auch hier, wenn dich dieses Thema näher interessiert, hör dir einfach die letzte Podcast-Folge an. Da sind wir näher auf dieses Thema eingegangen. Das war der Online Trainer Lizenz Podcast, der Podcast für alle Fitnessfans. Das war der Online Trainer Lizenz Podcast, der Podcast für alle Fitnessfans. Das war der Online Trainer Lizenz Podcast, der Podcast für alle Fitnessfans.